hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal zu einer neuen folge heute ist in den letzten tagen viel passiert es ist eine straße gekommen die noch nicht aufgeklebt wurde außer das und das sind bäume neu gekommen es sind sogar fahrzeuge neu gekommen haben wir einmal und bei der polizeiwache hat sich eigentlich nichts verändert ah ja das habe ich noch was vergessen bei der feuerwehr ein hubschrauber und ja hier steht auch noch ein baum da steht auch ein baum ja genau das hat sich verändert und das größte highlight ist eigentlich was sich verändert hat die brücke hier die jetzt endlich fertig geworden ist und die funktioniert auch schon ja dann können wir auch mal fahren los hier haben wir schon wieder diese fernbedienung aber wir schalten noch mal um auf die erste mal gucken okay wir machen mal licht an jetzt okay dann gucken wir mal mal auf die geschwindigkeit jetzt ja Vielen Dank. So, und dann wollte ich mich auch nochmal ganz herzlich bei euch bedanken für 32 oder mittlerweile schon 33, ich weiß es gar nicht, Abonnenten. Es sind viele dazu gekommen auf einmal, keine Ahnung wieso, aber auf jeden Fall Dankeschön. Und ich werde euch in den nächsten Tagen wieder weiterberichten, was so sich hier verändert hat. Und nochmal frohes neues Jahr. Ja, und es wird jetzt auch bald, vielleicht sogar morgen oder so, nochmal ein Lego Technik Video kommen. Von dem LKW und ein Teleskop im Lader. Ja, auch alles von Lego Technik, weil ihr ja auf dem einen Video auch von Lego Technik schon 10 Daumen nach oben geschafft habt. Das ist super. Ja, und ich freue mich jetzt schon drauf, das gleich zu filmen und das Video hier hochzuladen. Und schreibt einfach auch nochmal in die Kommentare, was ich noch so machen soll, worauf ihr Lust habt, das zu sehen. Und ja, das war es auch schon und jetzt sage ich euch noch kurz die Veränderungen, die hier vorgenommen werden sollen. Also wie gesagt, die Straße wird hier festgeklebt. Hier hinten wird noch eventuell, also hier kommt noch Straße lang und hier soll dann noch so eine Werkstatt hin. Die muss aber noch gebaut werden. Dann soll hier hinten, hier ist hier noch eine Kreuzung hin, hier vor die Feuerwehr Pflastersteine, also so eine Matte, dass die dann hier rausfahren können. Hier, wo das Ding jetzt steht, soll so ein kleiner Einkaufsladen hin, wo dann auch hier diese Parkbucht vorkommt. Hier geht dann die Kurve weiter, da auf den Parkplatz. Das ist erstmal so, was in den nächsten Tagen jetzt vorgenommen werden soll. Ja, somit verabschiede ich mich hier und bis zum nächsten Mal.